Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde LS17 Porter Westphalica zusammen heute mit Seewolf oder auch nicht Hoshi und Alpha Ah Seewolf ist schüchtern Ich auch ein Herzgang Ja heute ist Rapsernte Hast du schon einen Kurs für die langen Bahn? Ich habe nichts verstanden Was du wirst verstanden, Hoshi? Negativ Okay Irgendwas ich habe, kann ich nicht gesagt Ich sagte, ich habe gar keinen Kurs Achso Ah, jetzt hat er Grashand drin Ei, ei Und jetzt so hier Und ich habe von meiner großen Schwester einen Adventskalender bekommen Oh Wo ist unser? Oh Ihr wollt auch immer Weil wir so lieb sind Was? Was? Hä? Hörgerät, was? Oh man Ja, nicht Ey, ich habe schon über 10 Jahre keine Adventskalender mehr gehabt Und auf einmal Ich darf mir jedes Jahr selber einen Ja? Nö Willst du noch welche haben? Ich habe kein Gläufe nach zwei Stück Aber leer So sind ja ein bisschen leer Ja Ja Den Inhalt esse ich selber, hallo? Ja, meine Arbeitskollegen sind genauso Wenn es irgendwie manchmal so Werbegeschenke gibt und ein paar werden verteilt Und manche werden einfach aufgerissen und so gegessen Joa Ist ja weg, bevor es schlecht wird, oder? Ja, ja Äh, Susi Wolf, willst du mal einen Kurs, oder? Ja, gib mal her Ich speichern auf der 1 13,6 Meter Müsste ich relativ gut hier Ein bisschen Platz Einfügen Ich bin da und hinterher Ich bin da und hinterher Diesmal fahre ich sogar ohne Autowendung. Nein, ich habe mein Mikrofon gemutet, weil mein Sohn mir im Nacken rumhängt. Ich habe gerade gesagt, ich habe gerade die Mods tauschen, weil ich habe ja andere Mods drauf. Aber hier ist es gut. Oh, das ist ja schon Donnerstag, ne? Verdammt! Also für euch nicht da draußen, vor euch ist irgendein anderer Tag, wenn ihr das Video jetzt guckt. Mann. Ja. Ja, morgen nochmal arbeiten, was? Ja. Vier Tage frei. Vier Tage? Naja. Dann können wir ja richtig zacken, was? Ja, ohne mich. Warum? Ich fahre ja mit meiner kleinen Schwester in ihre neue Wohnung. Ach, nach Bonn. Achso, ja, ja. Genau. Möbel aufbauen, Sachen anschließen, Löcher bohren, all so'n Scheiß, keine Ahnung. Sowas kannst du? Alter! Was meinst du, was ich alles kann? Mein halbes Werkzeug-Equipment wird mitgenommen. Ei, 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 ei. Nur Makita und blaue Bosch. Ei, ei. Halt Handwerker-Werkzeug, ne? Richtig. Wie kommt man denn da von Boll? Im Auto. Ja. Oder mit dem Zug. Ist so ein Running Gag. Im Zuge der Privatsphäre. No. Deswegen heißt sie auch Chantal. Richtig. Oh, der Basti. Ist ja auch im Discord. Der war eben im Discord oben im... Im anderen Channel. Ja, ja. Mal gucken, ob der auch gleich zu uns in den Bereich kommt. Sie sind ja gerade runter vom Discord. No. Warum auch immer. Der mag uns nicht. He don't like us. Oh. Oh. Da ist noch der Batsch. Ah, Basti. Marschaffe. Na, ist zwar unsere Aufnahme auch dabei. Oh. Sag mal, hallo liebes Publikum. Hallo liebes Publikum. Oder wie andere auch sagen öfters, hallo Internet. Oder hallo Community. Ja. Ja. Und wie geht's dir, Basti? Oh, ja, ist gut so weit, ne? Ich glaube, wenn man einen Urlaub hat, ne? Ja, ne? Wieder ein Zockerfieber. Mhm. Hm. Hm. Heute habe ich meinen Amazon Echo Dot bekommen. Was ist denn das? Äh, kennst du nicht von Amazon diese Alexa-Lautsprecher? Achso, ja, doch. Ja. Habe ich so, hey Alexa, wie geht's dir? Hervorragend, dankeschön. Ich überlege gerade, was mich Dinosaurier fragen würden. Zum Beispiel, was ist dieser Feuerball da am Himmel? Oh. Und sowas. Also es kommen ganz merkwürdige Gespräche da, so. So Tage. Aber funktioniert relativ gut. Mit Spracherkennung. Alexa, hol mir Essen. Kannst du fragen, Alexa, wie ist das Rezept des Tages? Hm. Und dann sagt sie dir das. Hm. Oder kann ich ein Taxi bestellen, Musik anmachen, Wecker stellen. Ich glaube, ich muss jetzt meine ganze Wohnung auf Alexa-Produkte umstellen, damit ich sagen kann, Alexa, mach das Wohnzimmer auf 21 Grad oder die Heizung. Oder mach das Licht im Wohnzimmer an. Oh, Entschuldigung, Synchro. Ja. Das soll sie mal bei mir machen. Raus. Ja? Ja. Ich habe keine Heizung an. Ja, du. Vielleicht kommt der nächste Störenfried. Meine Rechner, die heizten wir noch. Ja. Na, bei mir wird es nicht reichen. Es kühlt zu sehr aus. Ich habe da so ja Fenster voll offen, also sieben runter. Ja, gut. Dann könnte mich aber noch, gell? Ja. Jetzt wieder, ja. Ja. Und wie war es dann? Offen und berufen? Schön. Echt cool. Haben sogar aus so einem, du kennst auch bestimmt diese Greifautomaten, ne? Mhm. Um so Spielzeug, so was, um so Kuscheltier rauszuziehen. Ja, kenn ich ja. Ja. Auf der Stehko immer voll. Wollte meine große Schwester hier irgendwie so eine Schildkröte haben, wie ihre Schildkröten-Sammlung, ne? Probiert das paar Mal, wird nix. Ich so, ach, ihr macht das auch mal. Steck mal zwei Euro rein für drei Spiele, denke ich, ne? Vielleicht hast du ja Glück. Bums, erster Treffer nach zwei, drei Sekunden. Ach, fahr runter, bumms, nimmt er, zieht raus, schmeißt es raus. Ja, war gut. Und später habe ich acht Euro in Automaten geworfen, um Donald Duck rauszuholen. Als Kuscheltier für meine kleine Schwester, aber hat nicht geklappt. Eil. Mein Mikrofon hat sich ja komplett abgeschossen. Wieso? Wieso? Meinst du? Oh, aber ich versprechen kann ich, aber ich höre euch nur noch über die Boxen. Nein. Ich bin heute Nacht, ich bin heute nach Boxen, ey. Was bist du heute Nacht? Mein Headsack ist. Hm. Schon wieder? Ich weiß, dass es gut geht. Ich merke ihn. Oh, Christian spielt jetzt erstmal ETS 2. Ach man, überall stellen sie schon eine Strohbärmse. Na. Bin da wohl. Die Kuro. Ja. Ja. Hm. Vielleicht habe ich ja glücknah. Warum Samstag schon? Na, weil drei Tage vorher kommen soll. Am Abschluss am nächsten kommst du ja raus. Ach so. Alles klar. Dann gab es jetzt quasi eine Hülle von DLCs und Addons, ne? Porsche DLC, Platinum DLC. Ne, ist das Strohbergungs-Addon. Alles vor Weihnachten, komisch. Sind du noch nicht durch, ne? Ne. Nein. Wir haben Klaas bestätigt. Klaas DLC. Ja. Wollen wir mal gucken. Aber erst nächstes Jahr. Hm. So Leute, das war es mit dieser Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Ciao.